Servus, grüezi und mein Mann und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Oblivion. Ja, das letzte Mal hat sich Shio Gorath aufgemacht. Er wurde zu Shigaluck, sozusagen. Und jetzt ist das Reich ohne Anführer. Und ich muss jetzt mit Haskill hier besprechen, wie es mir wie immer ein Vergnügen zukünftig weitergeht. Er ist weg, aber noch besteht Hoffnung. Wir haben hier eine seltene Gelegenheit, aber ich zögere, das zu tun, was getan werden muss. Wenn der Thron des Wahnsinns unbesetzt ist, wenn Shigaluck den Palast stürmt, wird er siegen. Aber es gäbe eine Möglichkeit, den Thron nicht unbesetzt zu lassen. Ähm, was soll das heißen? Ich werde auf dem Thron sitzen. Es war schon immer Shio Goraths Absicht, dass ihr der neue Wahngott werdet. Äh, aber ich bin kein Deutra-Fürst. Stimmt, aber vielleicht könnt ihr den Thron halten, vorausgesetzt ihr besitzt das Symbol des Amtes, nämlich Shio Goraths Stab. Äh, was muss ich machen? Als Shio Gorath dahinschwand, geschah dasselbe mit dem Stab. Der Stab muss jetzt wieder hergestellt werden. Der Stab ist das Symbol der Macht in diesem Reich. Wer im rechtmäßigen Besitz des Stabes ist, darf den Thron der Shivering Isles besetzen. Doch die Geheimnisse seiner Konstruktion sind verloren gegangen. Verloren? Ich sagte doch, es gäbe eine Möglichkeit. Was verloren geht, kann wiedergefunden werden. Es gibt ein Wesen auf den Shivering Isles, das euch eventuell bei der Erschaffung eines neuen Stabes helfen kann. Die Ruine im Messerspitz Schlund war einst eine große Bibliothek. Dort werdet ihr eine Tür finden. Hinter dieser Tür findet ihr die Antwort, die ihr sucht. Obwohl, ich zögere euch auf diesen Weg zu schicken. Die Geheimnisse der Vergangenheit werden Jügerlack gewiss förderlich sein, aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Habt Acht vor dem, was ihr dort findet. Die Bibliothek ist ein Ding der Ordnung und sie wird noch immer deren Zwecken dienen. Nehmt diesen Kristall. Er enthält die Kraft, die versiegelte Tür zu öffnen. Drinnen findet ihr dann die Überreste der Bibliothek. Okay, Messerspitz Schlund. Der Messerspitz Schlund ist nahe dem Kern der Shivering Isles. Folgt der untergehenden Sonne zur Grenze von Mania. Besteigt den Felsen dort. Auf dem Gipfel werdet ihr den Messerspitz Schlund finden. Okay. Ja, dann könnten wir uns öfter sprechen. Ja, das können wir uns ja auskennen. Kein Problem. Kann ich ja des Öfteren auch beschwören. Ist überhaupt kein Problem. Oh, ja gut. Also die Story hier gefällt mir echt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und die wird immer besser. Ja, deswegen machen wir hier zuerst die Hautquest und dann machen wir alles, was so zwischendurch noch läuft. Ja. Das ist so der Plan. Damit Leute, die keinen Bock mehr auf Oblivion haben, auch abschalten können. Und das läuft hier dann einfach weiter. So zum Plan. Gut. So, wo müssen wir lang? Hier hoch. Messerspitz Schlund haben wir nicht entdeckt. Wir können von Splitz gehen. Um dann den Hügel zu besteigen. So, wo haben wir denn den Hügel? Hier. Oben müsste er sein. Okay. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so melodramatisch sein, wenn ich hier raufspaziere. Da ich hier von irgendwelchen... ...von irgendeinem Standpunkt ausgehe. ...aber... ...wann durchaus einen Charme haben. Ja, jetzt so hoch. Er hat getroffen, ne? Ah. Dann lasse ich mal einen kommenden Kollegen. So. Ja, hier unten haben wir wieder einen Ordnungsobelisking, aber... ...das soll uns jetzt hier nicht stören. Hier drüben ist eher das, wo wir hin müssen. Da ist aber auch ein Skalo näher. Den könnten wir unter Umständen... ...nach unten boxen. Mit einem guten Schuss. Nice. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Und hier wird wahrscheinlich diese Tür sein. Und ich renne darauf. Wir haben übrigens 4,20 erreicht, ne? Wollte ich nur noch so sagen. Shio Goraz... ...bestrafte. Todesurteil. ...bisschen aufpassen. Ich wollte eigentlich noch mal, äh... ...hier, äh... ...in meinem... ...Dings rein... ...Zeug abgeben. ...Dat habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. ...Naja. ...Gut. Also das müsste hier unten irgendwo sein, oder? Ich dachte, vielleicht müssen wir hier den Schlüssel hinhalten... ...und es kommt hier in die Tür. Schade. Äh... ...ä... ...ä... ...Tunesurteil noch mal lesen. Moment. Schio Goraz... ...Wahnsinnherr des Nimmerda-Herrscher über die zitternden Inseln... ...wird verfügt, dass dieser Bürger aufgrund seiner Taten des härtestes Strafmaßes verdient hat. Die Bestrafung soll bald möglichst erfolgen... ...und gestaltet sich in Abhängigkeit von den Launen und Einfällen unseres Fürsten Shio Goraz. Ah... ...ja... ...ja, okay. Gut. ...Rusion of Night-Eye. Okay. Ist das doof, wenn wir hier runterlaufen? Wahrscheinlich ja, aber ist mir jetzt egal. So. Immer schön gebückt gehen. Dann kann einem ja fast nichts passieren. So hat man das hier eben auch gelernt. So. Gut. Überlebt haben wir's. Dann ist hier der Baum der Ursprung... ...von den Shivering Isles. Nur der Eingang ist hier nicht, äh, drauf. Hier. Messerspitz Schlund. Und rein hier. Gut, ich höre schon gekrabbelt. Das heißt, wir haben hier wieder einige Elytras hier am Start. So wie's aussieht. Obwohl hier... Ah, hier ist ein Atomau. Warte mal. Oh shit. Oh, der ist sauer. Der ist sehr sauer. Boah. Boah. Ohohohoho. Alter. Okay. Gut, hier ist ein Gang. Hier oben ist ein Pfeil. Na gut. Okay, ja. Sieht sehr interessant aus hier. Auch diese Ruine gefallen mir sehr gut, ne? Ich war es besser wie die in Sirodin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir hier oben irgendwie hoch? Geht das? Geht das denn? Sieht nicht so danach aus. Vielleicht können wir mit Springen hier mal ein bisschen rüberjumpen. Siehste. Bringt uns nur rein, gar nichts. Okay. Bis auf die, äh... Bis auf das Wissen, dass wir es geschafft haben. Boah, ey. Was ist denn hier los? Der sieht tot aus. Bist du tot? Dios. Euer Gnaden. Ich habe auf euch gewartet. Die Ereignisse dieses Tages, wie die aller Tage davor und danach, sind mir bekannt. Für Dios und Mytheria gibt es keine Überraschungen. Ah ja. Sheogorath ist gefallen. Und ihr sucht nach Mitteln, die Machenschaften des Prinzen der Ordnung zu vereiteln. Ihr sucht den Thron des Wahnsinns. Ja. Jedoch darf kein Sterblicher ohne den Stab den Thron besteigen. Deswegen seid ihr hier in meinem Gefängnis. Ihr wollt den ersetzen, der mich hier eingeschlossen hat. Wenn ihr den Platz von Sheogorath einnehmen wollt, dann fragt mich, was ihr wollt. Äh... Dios. Ihr habt ein Buch erwartet. Ein altes Buch, das alle Geheimnisse enthält, die ihr sucht. Doch stattdessen habt ihr mich gefunden. Das letzte Überbleibsel. Individualität ist eine Illusion. Die Einzelheiten meiner Existenz haben nicht mehr Bedeutung als die Geschichte eines Steins. Aber wenn ihr darauf besteht... Ich war einst Bibliothekar der großen Bibliothek von Jigalak. Äh... Was erzählt mir mehr von der Bibliothek? Die große Bibliothek stellte den Höhepunkt der Logik und des folgerichtigen Denkens dar. Sie enthielt die logischen Vorhersagen aller jemals von einem Wesen ausgeführten Handlungen, seines Sterbliche oder Daedra. Jede Geburt, jeder Tod, der Aufstieg Tiber Septims, das Numidium, alles. Alles vorhergesagt mit Hilfe der Formeln, die sich in Jigalaks Bibliothek fanden. Als Sheogorath die Bibliothek entdeckte, ließ er sie niederbrennen, da sie ihm ein Gräuel war und er beharrlich behauptete, die persönliche Wahl widersetze sich logischer Vorhersage. Nur ich bin von dem Wissen übrig, das einst in der großen Bibliothek Jigalaks enthalten war. Okay, wie habt ihr überlebt? Nach jedem Zyklus des Grauen Marsches hat Sheogorath jede Form der Ordnung auf den Shivering Isles vertrieben oder ausgelöscht. Ich allein habe überlebt. Sheogorath kann sich nicht überwinden, das Wissen zu zerstören, das ich besitze. Stattdessen hat er mich an diesem Ort eingesperrt und mir verboten zu sterben. Ich habe kein anderes Wesen gesehen, bis das Schicksal, wie vorherzusehen war, euch zu mir gesandt hat. Ja, okay. Ich habe genug gehört. Wie ihr wünscht. Messerspitzschlund. Der Messerspitzschlund ist mein Gefängnis. Einst beherbergte er die große Bibliothek und damit das gesammelte Wissen dieser Welt. Doch er spart mir euer Mitleid. Meine Gefangenschaft ist ebenso wenig von Bedeutung wie meine Unsterblichkeit. Zeit und Raum existieren nicht. Es sind Konstrukte geistesschwacher Sterblicher, die versuchen, die Welt um sich zu kategorisieren und zu begreifen. Wärt ihr einer der wenigen Glücklichen, so würdet ihr das eines Tages verstehen und akzeptieren. Aber das seid ihr nicht. Daher werdet ihr es nicht können. Okay, Stab von Sheogorath. Ich kann die physische Hülle des Stabes erschaffen, aber die göttliche Essenz muss anderswo gefunden werden. Aber die Apotheose ist keine einfache Angelegenheit und die Herstellung des Stabs ist keine einfache Aufgabe. Ich benötige zwei heilige Gegenstände, um sie zu vollbringen. Oh, erzählt mir etwas über den Ersten. Die Shivering Isles bergen viele Geheimnisse, aber nur wenige wurden noch nie von sterblichen Augen gesehen. Der Stab ist ein Werkzeug von großer Vision und verlangt daher das Auge von jemandem, der eines dieser verborgenen Geheimnisse selbst gesehen hat. Zierta bewohnt die heulenden Hallen von Mania, sucht sie auf und bringt mir das Auge, das gesehen hat, was kein anderes je erblickte. Okay. Zierta. Die Bäume und Zweige dieses Reiches nähren sich von einer tiefen Quelle des Wahnsinns und des Mysteriums. Einer der ältesten Bäume, der Baum der Schatten, steht in den Hallen von Milchah. Milchah ist ein Ort der Ruinen, der Wurzeln und der Manie. Geht dorthin und bringt mir einen Zweig dieses Baums. Aber seid gewarnt. Der Baum wird seine Geheimnisse nur demjenigen preisgeben, der sie verdient hat. Oh. So, dann muss ich also beide Teile suchen. Ja, nur dann kann ich einen passenden Behälter erschaffen, der die dem Fürsten dieses Reiches innewohnende Kraft aufnehmen kann. Mit dem Stab könnt ihr vielleicht den Thron des Wahnsinns besetzen, aber ihr solltet wissen, dass so etwas noch nie versucht wurde. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr scheitern werdet. Das steht fest. Doch sage ich auch voraus, dass euch das nicht davon abhalten wird, es zu versuchen. Ja, so ist es. Oh, scheiße. Da haben wir was vor uns, wa? Citras Auge. Zirtas Auge. Sheogorats Stab bewahrt die Geheimnisse dieses Reichs. Es wird ein Gefäß benötigt, das dunkle Geheimnisse gesehen hat. Zirta hat mit ihren Augen Dinge gesehen, die kein Sterblicher erblickt hat. Daher wird sich ihr Auge gut dazu eignen, das aufzunehmen, was im Stab verwahrt wird. Okay. Individualität. Wie? Okay, Schattenbaum. Die Wurzeln des Baums der Schatten verlaufen bis ins Herz der Shivering Isles. Es heißt, dass der Baum vom Wasser aus dem Hain der Spiegelung trinkt. In diesem Hain bekommt man gezeigt, wer man wirklich ist. Oh, cool. Nachdem ihr nun der Wahrheit ins Auge geblickt habt, hat euch der Baum seine Zweige gegeben. Stab von Sheogorat. Ja gut, das haben wir ja eh schon. Hm. Dios. Okay, Dios, mein Freund. Dann. Äh, würde ich mich jetzt mal verabschieden? Ne? Ja. Die Frage ist jetzt, wenn wir hier runter gehen, ne? Kommen wir dann irgendwo wieder raus? Wahrscheinlich ja, aber nicht mehr so gut, wahrscheinlich, ne? Geh mal runter. Wahnsinn, das nehmen wir mit. Ich würde zuerst das mit dem Auge machen. Was denn hier? Vorraum. Ich würde zuerst das mit dem Auge machen. Ups. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für Gestalten? Ja gut, ich würde... Ja, machen wir das vorher mit dem Auge. Und dann machen wir das mit den Wurzeln. Weil ich glaube, das ist eine gute Abwechslung, ne? Nirgendwo. Ebenhalspfeil. Macht acht Schaden. Gut. Deine Mutter. Einer hat sie jetzt umgehauen, ne? Boah, Alter. Voll in die Fresse, ne? Scheiße. Jedes Mal dieser Pilz, ne? Shit, ey. Ach. Jetzt bin ich jetzt geschockt. Da drüben wir mal Barnstein. Boah, ne. Nirgendwo. So. Gehen wir jetzt auch noch durch, oder? Ich meine... Ist ja auch egal. Können wir hier ein bisschen Zeit investieren. Hier ist nochmal Erz. Aber wieder wieder rauf. Ich denke nicht. Boah. Deswegen gehen wir vorher hier mal rauf. Boots. Ja, das sind auf jeden Fall Ratten, ja. Auf jeden Fall Ratten, ne? Wo seid ihr? Hey! Ja, gut. Diese kleinen... ...Rostel hier, die kann man schön wegmachen mit dem Fall. Das freut mich. Ich glaube, hier geht's runter, wo wir die zwei schon erledigt haben. Supi. Alter. Die Scheiße, wieder, ne? Da nehmen wir das Zeug und laufen wieder raus, weil... ...diese Statuen sind echt gemeingefährlich fast. Ist hier noch irgendwo ein Weg gewesen? Gut. ...dann ging's hier... ...ok, hier geht's auch nochmal rein. Boah. Ja, gut. Da ist noch einiges hier. Da ist noch einiges los hier, ne? Dann auch haben wir wieder hier. Moin Kollege. Da ist auch noch einer. Zack. Da müssen wir mal kurz uns umschauen. ...dass wir hier nicht die... ...Ding verlieren. Die Orientierung. Aber mittlerweile... ...oder... ...so wie es aussieht, sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Das Problem ist nur, dass wir hier auch wieder nicht unbedingt... ...viele Pfeile wieder zurückkriegen. Das ist sehr ärgerlich. Okay. Okay. Was ist denn da jetzt? Die. Okay. Ich schätze mal, das war es hier jetzt. Erstmal. Aha. Da sieht man eine an. Dieb der Tugend. Schnell lesen. Irgendwas hier noch... ...interessant. Ja gut. 35 Volt nehmen wir. So hier, ein nicht so ganz derres Lied. Gut. Ja, dann gucken wir mal hier wieder rein. Was haben wir denn hier? Ah gut. Hat sich rentiert, hier runter zu laufen? Auf jeden Fall. Wir haben zwar wieder ein bisschen Pfeile verbraucht, aber das macht nichts. So, und da kommen wir hier vorn wieder raus. Sehr gut, siehst du. So. Schön. Ja, schöner Abschluss. Oder? Dann werden wir mal jetzt wieder in Richtung Auge gehen. Dann müssen wir zuerst mal raus hier. So. Okay. Dann lass mal gucken, wo die sind. Milchia war der Baum, ja? Und die heulenden Hallen sind das Auge. Nehmen wir zuerst, aber ich kann es nur da vorne investiert werden und heulenden Hallen bekommen. Ja gut. Dann machen wir die heulenden Hallen vorher. Da gehen wir von Friedhof der Neuen aus. Ah, Friedhof von Neuscheod. Dann, glaube ich, können wir eh nur hinwandern und das nächste Mal machen wir dann weiter. Ja, das Wetter ist jetzt nicht so super. Hier kämpfen einige Leute gegeneinander. Finde ich sehr amüsant. Die Frage ist, wer gewinnt, ne? Alter. Die hat. Nice. Freude. Nice. Ein Hunger und zwei Ritter der Ordnung. Das, glaube ich, ist Carlo war auch noch dabei, ne? Hier. Den hat sie weggeputzt. Siehste mal. Okay. Gut. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen. Muss ich vielleicht nochmal kurz, äh, rauf, das Zeug abgeben. Denn wir wissen ja nicht, wie viel wir noch brauchen. Wir sehen uns dann gleich wieder hier am Steg, nur ein bisschen leichter. Bis gleich. So, ja, ich habe jetzt meine Rüstung repariert und bin aufgestiegen, ne? Das heißt, wir legen uns hier nochmal schlafen, steigen auf und nicht, dass ihr meint, ich cheate irgendwie Levels dabei, ne? Nur, dass wir das mal bestgestellt haben oder klargestellt haben, besser gesagt, dass hier auch nicht mit, oder dass hier nichts mit Cheatmitteln abläuft, ne? Alles legal und richtig erstanden, alles. So, dann sehen wir uns gleich unten wieder bei der Brücke. Vielleicht, äh, machen wir nach den beiden Missionen nochmal ein paar Dedra. Ja, bis gleich. So, dann, äh, willkommen zurück, ne? Da war ein kleiner, äh, kurzer Wechsel. Genau, ich habe auch Pfeile gekauft und bin dann deshalb irgendwie ein bisschen aufgestiegen. Zusätzlich dazu, dass ich meine Rüstung repariert habe. Das war ganz lustig. Und ich dachte mir, ähm, ich mache das ins Video rein. Denn, nicht, dass es dann zum Schluss heißt, der Typ, der cheatet, ne? Keine Ahnung, jetzt ist er auf einmal Level 17 und so. Also, nein, das mache ich natürlich nicht. Und, ja gut, ich cheate, wenn, äh, ich, äh, Pappniss aufnehmen will. Oder manchmal teleportiere ich mich direkt auch zum Ziel. Aber, das, äh, das sind ja nur kleine Sachen. Das ist ja nicht etwas, wo wir im Spiel einen gewissen Vorteil dafür kriegen. Denn das muss nicht sein. Und das machen wir auch nicht. Deswegen wollte ich es euch nur zeigen. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt dafür rechtfertige. Aber ich bin generell ein Mensch, der sich viel dafür, äh, für Sachen rechtfertigt. Oha. Da spritzt die mich voll, die... aus hier. So. Supi. Ja, wir haben unsere Taschen auch ein bisschen ausgelebt, ne? 170. Wir haben ein bisschen an Stärke verloren. Ich glaube, wir hätten vielleicht irgendwo mal beten gehen sollen. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber gut. Niedersuhl. Schön. Genau, das können wir vielleicht das nächste Mal, oder... Das könnten wir das nächste Mal machen, wenn wir Detra-Quests machen. Und irgendwie an der Kapelle beten gehen, dass unsere Buffs irgendwie aufgehoben werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir welche drauf haben. Ja. Haben wir. Haben wir ziemlich was drauf, ja. Normalerweise könnten wir nämlich über 30, äh, über... Was wollte ich jetzt sagen? Über 300 nehmen. Also 330, glaube ich, waren's. Jetzt sind's nur mehr 300. Ach, ich bin am Dach der heulenden Hallen. Schön. Gegner sind ja keine gewesen, ne? Hier unten auch nicht, wa? Gut, dann holen wir uns mal das Auge. Wenn wir das dann einfach so kriegen, das ist ja auch so eine Sache. Macht der den Mund auf, oder ist das nur... Ne. Okay. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, was für Figuren das sind. Ich greif die mal an. Hey. Gut. Glaube ich war jetzt nicht so, äh, unschädlich. Apostel. Apostel Dolch. Hm. Schlüssel zur heulenden Kammer. Gut. Mit Apostel können wir was anfangen. Aber erst das nächste Mal. Das Auge. Also wir holen uns das nächste Mal das Auge. Ähm. Also morgen. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann gibt's morgen wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Und auf Wiederschauen. Boah. So. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020